hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren tekken 8 video und ja in den nächsten zwei also in den nächsten zwei videos wollen wir es noch mal wissen bin ich jetzt an meine grenzen angelangt oder nicht naja und naja und da kommt auch schon unser erst der gegner wo man schauen dass man es es hat auch viel damit zu tun was du für gegner ob wir damit klarkommen will match ok da war ich jetzt ein bisschen da ist er jetzt sind ich bin so blöd ich bin ich bin jetzt gerade richtig blöd gott der kann nix ich bin jetzt mein gott zwei blöde echt und da wartet er also er kann schon was ich bin dumm ich bin da ich bin da Mann, 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 ey, come back. Gewonnen. Come back. Oh, Mann. So. Der denkt sich nur, okay, ich bin so weit. Okay, ja. Und ja, jetzt checkt er wieder. Oh, Mann, ich weiß manchmal nicht, was hier abgeht. Und schnell greifen. Das können die. Ja. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's. Okay. 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 Wollen wir mal weiter schauen. Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Fight. Okay. 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 Rund 2 Fight Er ist nur am drücken. Er ist nur am drücken. Ah, ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Das sind so Sachen, wo ich nicht verstehe, warum ich da nicht ran komme. Gezüglichweise, was mache ich falsch? Rund 1. Rund 2. Rund 2. Rund 2. Rund 2. Rund 3. Rund 2. Rund 2. Rund 3. Rund 3. Gewonnen. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Krieg ich ein Rematch? Ich krieg ein Rematch. So, jetzt wird der Agro fahren. Der denkt sich nur, was ein Typ? Ja. Ja. Ah, er ist ganz normal. Okay, okay, okay. Keine Ahnung, was jetzt ist, aber gut. Entweder hat er mit mir gespielt, oder... Er hat mit mir gespielt. Er hat mit mir gespielt. Ich hasse so ne Leute. Ich hasse wirklich so ne Leute, die nur mit dir spielen. Da frag ich mich, warum hast du vorhin nicht so angegriffen? Egal. Oder entweder ich war dominant und ich hab jetzt mega nachgelassen. Weil ich weiß jetzt nicht wirklich, was jetzt los war. Aber gut, dann sehen wir uns beim nächsten Fall. Okay, Law. Ein Law, hm, das kann mal gut sein. Das kann scheiße sein. Das kann man gut sein. Tschüss. Das sind wir schnell genug, okay. Das kann man gut sein. Das kann man gut sein. auch so einer, der gleich sein Glied anmacht. Okay. Auch so einer, der zurückgeht. Wir haben nicht nur ein Windisch, aber nicht nur ein Windisch. Das kann man gut sein. Ich liebe es. Ich liebe es so viel. Der kann nix. Den können wir packen. Ich will jetzt nicht sagen, der kann nix, aber... Lost und so sind wir gestickt. Gott, der ist dann. Aber ja, ich bin, glaube ich, an meine Grenze angelangt, weil... I don't get it, warum das wird. Ich bin, glaube ich. Ich bin, glaube ich. Ich bin, glaube ich. Oh Mann! Das ist so dumm. Das ist so dumm, dass der nur drückt. Ich bin, glaube ich. Das ist so dumm, glaube ich. Ich bin, glaube ich. Das ist so dumm. Ich bin, glaube ich. Das ist so dumm, glaube ich. Gewonnen. So, das war jetzt ein Fight. Wenn er jetzt gleich was auspackt, okay? Wenn er nichts auspackt, keine Ahnung. Oh, der ist sauer. Der ist sauer. Der ist jetzt irgendwie pisst. Ja, irgendwie mit der same shit. Irgendwie mit der same shit. Das war jetzt nicht so. Ja, ich bin jetzt. Leicht! Leicht! Round 3 Fight! Ich kann nichts machen! Die machen das immer, ne? Die machen das immer, ne? Der kennt seinen Scheiß! Gut! Round 4 Fight! Hat er Glück! Ja, das ist echt Warten bei dem Typen! Das ist Warten! Das ist mega Warten bei dem Typen! Final round! Fight! Ja! Ja! Ach! Er hat wieder gewonnen. Ah! Penner. Das sind so ne Wichser. Entschuldigung. Ah, Mann. Dass ich das nicht gebacken bekomme. Entschuldigung. Ah. Dann sehen wir uns beim nächsten Fall. Mann. Okay. Da kommt wahrscheinlich unser letzter Gegner. Was ist das? Selbe? Ah. Für die Session. Jop. Das ist der fucking selbe. Danke. Jetzt spielt er wieder. I don't get it. I don't get it manchmal, was die machen. Ich komm nicht dazu. Ich komm nicht dazu. Jop. Einfach schlagen. Einfach schlagen, ey. Fahr. Mann. Mann, bin ich dämlich. Ach, komm, ey. Das kann doch nicht angehen, ey. Wie die einfach warten. Ich verstehe nicht manchmal, wie kann das sein. Ich verstehe nicht manchmal, wie kann das sein. Du bist so offen. Du bist so offen. Und ich bekomme jeden Schlag ab. Du bist so offen. Ja, ja, komm, weck mich. I don't get it. Ich kick die nicht auf. Ich bin zu blöd dafür. Ja, meine Leute, anscheinend bin ich an meine Grenze angekommen. Ja, wenn ich jetzt gleich noch eine Session mache, dann fahre ich von diesem Rang runter. Ich bin auch gar nicht würdig, wie du mal bist. Merke ich gerade. Ey, ich komme gegen Penetration nicht klar. Ich komme gegen sonst was nicht klar. Ey, ich kapiere das einfach nicht. Mal habe ich die Typen. Und dann passieren Sachen, wo ich mir denke, ja, toll. Ein Gin müsste ich eigentlich wegstecken können. Nee, ist nicht. Und dann habe ich noch sogar denselben Typen bekommen. Meine Fresse. Okay. Sorry für diese Wutausbruch, aber das ist Ärgern einfach auf mich selbst über meine eigenen Fähigkeiten. Das ist nervig. Also ich glaube, entweder wir fallen oder wir bleiben dort und ich mache erstmal eine Pause oder beende ich erstmal Ranks, weil ich glaube, höher sind meine Fähigkeiten in Wirklichkeit nicht. Äh, um damit wieder hinzukommen, dass ich besser werde, keine Ahnung, aber ey. Dann würde ich sagen, ja, wenn euch so viel gefallen hat, dann hinterlasst ein Like da und einen Kommentar. Ja, und wenn ich nicht nur mein Packen-Zeug gefällt, beziehungsweise Fighting Stage, dann, ja, hinterlasst doch ein Abo da. Und dringet euch an die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin die Kelle des Game Stage 5. Und wir sehen und hören uns wieder, wenn es wieder heißt, Polish Prime Minister!